Das 21. Jahrhundert, dies sind die Abenteuer der Dschungelschaukel Konga, die mit ihrer furchtlosen Besatzung unterwegs ist, um neue, atemberaubende Metropolen zu erforschen, neue Freunde zu finden und neue Zivilisationen zu entdecken. Viele hundert Tage im Jahr bringt die Dschungelschaukel Konga dabei den Menschen im ganzen Land das aufregende Erlebnis direkt bis zu ihnen nach Hause und bringt dabei ein Abenteuer vor, wie nie zuvor ein Mensch erlebt hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 dividing 4-45 Meter Ja? Uh! ... ... ... ... Einer geht noch Das ist die Letzte Fiiiiiii label Nöööööö, doch okay, doch okay! wieder, whoa, wieder, whoa, viel schwarz alles und... viel Glück! Ach da scheiß noch, Frisur ist eh! Da könnte man noch einen machen. Na los, da eingehen wir uns eigentlich, dass uns die letztendlich wieder einmal schieben, wo ich noch hoch hier. Fiener an Höhe, wohoho, und tschüssi, tschüssi, heffa, whoops, 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 whoops. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, der Conga kommt wieder, keine Frage. Doch für heute ist Verblingsschluss